wenn ich die beiden waffen stelle wieder einreißen könnte ich ein katapult hierhin stellen und eins hier hin das wäre auch eine möglichkeit so der bauauftrag hat nur noch einen stein ich frage mich ob sie jetzt gerade nicht an die sagt es mir schon an der oberer rankommen weil da ein einer von den blauen im weg liegt tatsache so wie es aussieht hat es nicht gereicht also hat es nicht geklappt mit dem oberer ja er ist dort aber er produziert keine so wie ich hätte da eine idee ist etwas gewagt also erstmal der oberer den ich gerade aufgestellt habe damit die lager wieder voll sind abreißen so weg mit dem x-ray du da komm mal hier aber hier geht besser sammelt das alles war ein bitte gut da kommst du mal bitte da Jetzt kannst du dich verziehen X-Way Aphobie aus der Tadiwad Der Bauauftrag ist auch fast fertig Gut, dann erweitern wir mal Okay, das ist jetzt die gute Frage Wie Eigentlich geht nur so Und so sieht es auch am besten aus Und so sieht es aus So, und dann brauchen wir noch Nehmen wir ruhig solche Ja Sieht halt recht interessant aus, aber Ist halt so Gut Jetzt brauchen wir Bodenvorburg Nein, Bodenvorburg ist das hier Okay, so dann macht das loch dazu was ich ausgebuddelt habe und ja den tunnel stellen wir mal von stein um die hier oben sind fertig mit den felsen und ich glaube auch der kloster und hier ist alle so x-ray erst mal unter jede treppe einstellen und dann sehen wir mal wie gut das reicht mit der abdeckung so x-ray wieder ausmachen so jetzt bist du auch leider da so und damit ist unser unter untergrundleitung fertig verlegt ok der tunnel sollte auch noch steine abwerfen denke ich mal aber kein glowstone gerade wie viel eisen fehlt drei eisen fehlt oh sie sind platziert wie sieht's aus da sieht fast okay aus da machen wir links und rechts von den torhäusern noch welche hin und vier als reserve ja katapulte ein katapult hier ein katapult hier und die beiden die wir abgerissen haben hier und hier hin so was brauchten katapult steine und jede menge holz gut dass wir jede menge holz haben und jede menge fässer und hey wenn man sich so hart sieht unsere box selber ist fertig jetzt kommen halt nur noch die feinschliffssachen verteidigungen und und katapulte und wir brauchen zahlräder für die katapulte stimmt und ja wir fackeln und 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 am besten das verbindet dann wirklich alles miteinander Was ist das? das heißt wir brauchen immer mehr eis und barren also können wir auch das eis die abbauen und die bodenform einreißen perfekt also ja stein wird schon langsam unwichtig für uns unsere bauern stehen alles steht das brauchen wir hauptsächlich eisen und close dort und noch ein bisschen holz zwischendurch so ich denke mal jetzt sind sie alle verbunden oder leuchtet ihr da unten ja ihr leuchtet das heißt ihr habt saft das heißt ich kann hier jetzt auf beide türme doch fackeln platzieren damit unsere burg voller leuchtet ist und dadurch die fackeln durch die angeschlossene fackel wird wirklich alles sehr viel heller und wir sind über zwölf stunden bauzeit an dieser burg ich mir überlegen wir haben damit angefangen hier riesige lager zu errichten haben hier alles planiert und ein ebenes grundstück hingebaut auf dem wir bauen konnten haben dann angefangen einen grundriss zu legen haben die türme und die bauern soweit hochgezogen haben dann einen bergfried in der mitte gebaut die ich immer noch recht cool finde von der bauart her wir haben ein geladenes katapult haben dann unseren wehrturm errichtet und wir sind noch nicht ganz fertig so ich gebe bei doch 1 in auftrag so und dann würde ich sagen ich da also hier speichern wir mal wieder und da gibt es jetzt erst mal ein cut bis gleich